Wir wollen mehr, wir wollen Titel, wir wollen eine Folge. Dieser absolute Wille. Das ist das, was man beim FC Bayern München braucht. Das ist auf jeden Fall der richtige Augenblick. Genau der richtige Zeitpunkt. Weitermachen, alles dafür geben und diesen Erfolg, den man hatte, bestätigen. Wir sind sehr stolz und glücklich, dass uns das gelungen ist, Joshua Kimmich langfristig an den nächsten Bayern zu spielen. Allen zeigen, dass wir die Nummer 1 sind. Genau deswegen bin ich hier.